Hallo, hier ist der Björn von LSMPD und wir spielen Gabriel Knight, Sins of the Fathers. Und bei der guten Dame, Frau Kasanu, sind wir ja nicht weitergekommen, deswegen weiß ich nicht, was wir jetzt machen sollen. Aber das hält uns ja nicht auf. Was haben wir hier? Die Wohnung von Moonbeam. A sign on the front door of Magentas Home Reeds. A tuning with the spirit realm back on June 22nd. So, was haben wir denn hier noch? Hier waren wir, hier sind wir ja gerade. Hier ist der Friedhofen. Hier ist Le Bublan. Le Draxoren. Le Voodoo Museum. Le Polizeirevieren. Gehen wir nochmal zum Jackson Square. Mal schauen, was wir da noch werden. Ah, okay. Ich dachte gerade irgendwie, kommt jetzt die Zwischensequenz oder was? Der alte Jackson ist da. Hier ist der Künstler. Den können wir mit dem Stein bewerfen oder mal mit ihm reden. Dankeschön für diesen Stuhl. Kein Problem. Kein Problem. Null Problem. Was ist das denn für ein Stuhl? Hallöchen. Madame Loreley. Gilmore oder wer. Kann ich die mitnehmen? Madame Loreley seems less approachable when she's behind that wolf. Hatte dir gerade eine Schlange um den Hals? Komm schon, Leute. Hoopla. Ähm. Ja. Kann ja auch hübsch sein. Aber ich würde jetzt dann doch ganz gerne mit dir reden. Und erst mal wieder Schlange um den Hals hängen. Madame Loreley, is it? What can I do for you, handsome? Wie läuft denn das Geschäft? How's business? How's business? I have no time for such dull conversation, darling. Und wie wäre es mit einer Wahrsagung? How about a reading? The prices are listed on the sign. They seem a little steep. Well, I sometimes do my intimate friends for nothing. But I am a businesswoman. I'm sure you are. Ja, das ist ja eigentlich auch, äh, in Ordnung so. Was ist denn das für eine nette Schlange um deinen Hals? That's a nice snake you have there. Oh, I could say the same of you. Hmm. Well, I know where I got mine. Where'd you get yours? Oh, that's personal. Ähm. Hab ich das gerade richtig gehört und gelesen? Naja. Zum Thema Schlange. I'd really like to know more about that snake. Oh, sorry, sweetie, but I don't discuss Elvis with anyone. Ach, der heißt Elvis? Auch nicht schlecht. Na gut, dann, äh, bis später. Äh, nichts. Well, dann move aside, sweetie, but stay where I can look at you, okay? Das ist ja irgendwie großartig. So. Ah ja, zur Kathedrale können wir auch. Können wir denn jetzt hier mal irgendwas machen? Ähm, hier ist der Altar? Der Kanzel des St. Louis Cathedral consists of a raised dais, an altar, two pedestals and a choir area. Ja. Können wir einen Beichtstuhl rein? Ach, können wir da jetzt mal reingehen? Einmal durchgucken. Ah ne, jetzt hab ich Reden gedrückt. May I help you, my child? Ja. Können Sie mich Siegnen? Could you give me a blessing? Do you feel the need for a blessing? You wouldn't believe me if I told you. All right. If it will comfort you. The priest blesses Gabriel through the confessional window. Peace be with you, son. Thank you, father. Is there anything else? Äh, ja, Sie können mich nochmal segnen. Nein, äh, ich hab ein paar Fragen. Can I ask you a few questions? The confessional is not the best place for interviews, son. You can contact the parish offices if you need private counseling. I understand. Thanks, father. Is there anything else? Das hört sich irgendwie an wie so ne Dings. Wie so ne, äh, Anrufbeantworterstimme. Kannst du mir denn die Beichte abnehmen? I'd like to make a confession. All right. If it'll make you feel better. Ähm. Gespielte Streiche mit Mosley, unbezahlte Assistentin Egoidismus. Generelle Entschuldigung beibehält. Nein, das war's. Oder D, alle Antworten richtet. Äh, unsaubere Gedanken. I've had impure thoughts about a woman I met. Impure thoughts? You mean thoughts of sexual relations? You could say that, but, äh, worse than what you mean. Worse? You mean extreme sexual relations? Well, not involving animals or anything. Oh, well. Ha. Perhaps we should just leave it at that. Pray for forgiveness and say ten rosaries. Is there anything else? Ähm, ich hab mit Mosley ein paar Streiche gespült. I've done some pretty rotten things to my friend Mosley. Rotten? What do you mean? Practical jokes, insults, and among other things. I see. Are you sorry? Well. Pray for forgiveness and say three rosaries. Is there anything else? So, erstmal zehn rosaries und dann nochmal drei, dann sind wir schon bei 13. Unbezahlte Assistentin. I haven't paid my assistant for three months. Have you had the money? Nope. Sounds like a matter for the courts, son. Not the church. Is there anything else? Ja, Egotismus. Some people say I'm a selfish person, father. We can always strive to improve ourselves. Patterns can be broken. Yes. Thank you, father. Is there anything else? Äh, ja, eine generelle Entschuldigung hätte ich gern. Also, möchte ich gern abgeben. I think I just need to give an overall apology to the universe. I see. Apology noted. Thanks, father. Is there anything else? Ja, noted, aber nicht accepted. Ich bin Weiberheld. I've had a lot of women, father. A lot? More than ten? Yes, father. More than twenty? Yes, father. More than... Forty? Yes, father. Son, I don't think this is a matter for a priest. I think you need a good therapist. Oh. If we're counting therapist, then I'm up to at least, let's see here, kind of the one, and this might take a while. My son, I'm afraid my lunch break is coming on about now. Pray for forgiveness and say twenty rosaries. No. No. On second thought, when you finish the math, say that many rosaries. Gabriel hears him leave the confessional. I should probably add one more rosary for that while I'm at it. I've been a bad boy. Alter, jetzt haben wir den armen Priester zur Weißglut gebracht. Oh, nee. A meshed window provides access to the confessional from the priest's booth. Booth. The panel behind the mesh window moves from the other side. Aber wir können da jetzt, äh, nee, nicht Kniebank. Achso, warte, man kann da nicht mitnehmen. The kneeler? The confessional is empty and there doesn't seem to be a priest behind the window right now. Ja, man kann ja trotzdem. Gott, hört doch zu, oder? A padded bench provides a soft place for supplicating knees. So, so. Ähm, können wir den denn, äh, verlassen? Wie kommen wir denn hier raus? Ach, der Ausgang. Ähm. I've always wondered how the other half lives. Uh, komm mal hier, kann man die Klappe zumachen. Klappe zu? Ach, vertrugt. Ja. The mesh window on this side has a wooden door that slides open to let the priest here confessional. Das ist richtig, was hier im Kasten drin. There's a box under the shelf of the priest confessional. Und was da drin? Inside the box. Gabriel finds a priest collar and some oil used for blessing. Ooh, äh, wait a minute. Inside the box. Gabriel finds a priest collar and some oil used for blessing. Ah, äh, nehmen wir mal mit. You never know when a priest collar will come in handy. Und das Öl nehmen wir natürlich auch mit. Das Öl ist für holy purposes. Not the sort of thing, Gabriel would want to use it for. Ach so. Ähm. Können wir, können wir die Beichte abnehmen von irgendjemandem? He hears someone enter and kneel down on the other side. Father, I'd like to make a confession. Ich bin eigentlich kein echter Priester. Sind Sie sich sicher? Sprich weiter, mein Sohn. Führen wir mal das Ganze fort. Go on, my son. Ich habe recently gekommen into a large sum of money. Ich sehe nicht wirklich ein Problem mit dem. Es gibt keinen Grund für Schuldgefühle. Ja, das ist ja Unterschlagung, ne? Spende es an einen guten Zweck. Investiere in ein lokales Geschäft. Komm mal hier, spende das mal. Give it up to charity. Of course. Why didn't I think of that? Thanks, Father. The man leaves the confessional. Now I can say I did one good deed today. Können wir noch malen? He hears someone enter and kneel down on the other side. Bless me, Father, for I have sinned. Do go on. I've had impure thoughts about men, Father. Bitte zehn Rosenkränze. Ich bin eigentlich kein echter Priester. Sicherlich kann das nicht so schlimm sein. Ich finde, ich bin eigentlich kein echter Priester. Immer noch am witzigsten. Das kann ja gar nicht so schlimm sein. Sicherlich kann es nicht so schlecht sein. Oh, es ist, Father. Ich habe... Nein, ich kann das nicht so schlecht sagen. Nicht über das, Lieber. Du sagst, was du brauchst. In Detail. Du klingst nicht wie ein Priester. Aber wie kannst du deine Minderung schlafen, wenn du vollständig deine Sünde expressierst, mein Kind? Wolltest du nicht, mich zu sagen, Roserien oder so? Wir kommen zu dem. Aber erstens? Keine Entschuldigung, Father. Aber ich denke, ich werde noch ein anderes confessional versuchen. Die junge Frau leaves the confessional. Alter. Warte, jetzt müssen wir es nochmal ausprobieren. Gabriel's calling is decidedly not here in Confessions. Not in a church anyway. Okay. Okay. Dann war's das. Ähm, Engelchen. Und wir gehen jetzt mal zum Jackson Square. Wir haben jetzt einen Priesterkraken. Was machen wir denn damit? Ähm. Ich guck mal hier. Ach, guck mal hier. Die Schlangenschuppe. Kann vielleicht Madame Loreley ähm darüber was sagen. Ich konnte die jetzt nicht auswählen. Madame Loreley, is it? What can I do for you, handsome? Hm. Leider nichts. Ähm, nothing. Well, dann move aside, sweetie. But stay where I can look at you. Okay? Ja, so sind die Frauen. Einfach mal angucken. So. Uh. Wo ist in die Garte? Was können wir denn hier noch machen? Wir haben das Voodoo Museum, den Aussichtspunkt Jackson Square, Pizzeirevier, die Wohnung, den Friedhofen und, äh, hier den Drugstore. Was haben wir hier draußen? Ach ja, die Tulane University, die Geddes Villa, Franzosenviertel und Lake Pontchartrain. Ähm, was hab ich denn? Hemd und Hagen. Ähm. Achso, so können wir das angucken. Hab ich das schon angeguckt? So kann ich das nicht angucken. Warte, machen wir mal so. Nee, kann ich nicht angucken. Aber, schwarz? Ein Priesterkragen? Passt doch eigentlich wie Arsch auf einmal, oder? Ähm, wahrscheinlich müssen wir das zu Hause anziehen. Und ich glaube, hallo, It's me. The excitement of seeing you is killing me. Na, wenn das nicht das einzige ist, was ich umgehe. So. Äh, okay. Nicht Tisch, sondern Grace. Irgendwelche Anrufe Wir machen das gleich mal Ach komm mal hier, gar nichts drin Sehr schön Dann, äh Geh ich mal zum Schlafzimmer Und dann machen wir da eine kleine Aufnahmepause Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bis dann, tschüss